Hallo und herzlich willkommen zu Nerdfallmedizin. Hi, Philipp, wir sitzen wieder mit Distanz, aber nur physisch nicht emotional und dank Magie der Bildbearbeitung sind wir jetzt zusammen. Okay, heute haben wir ein spannendes Thema für euch mitgebracht, das gar nicht so selten ist und das eines der schönsten Notfallbilder, finde ich, fast ist, weil man dem Patienten so unmittelbar helfen kann, nämlich die Hypoglykämie, also der niedrige Blutzucker. Klingt banal, aber ganz so easy ist es vielleicht gar nicht. Philipp, fang mal ganz einfach an. Was ist eine Hypoglykämie? Gibt es da unterschiedliche Varianten? Wie definiert man das überhaupt? Also eine Hypoglykämie ist, wenn der Patient niedrigen Blutzucker hat. Haha, aber wann ist ein Blutzucker überhaupt niedrig? Das ist eine gute Frage. Und das variiert auch so ein bisschen. Generell sagt man, unter 70 ist der Zucker niedrig, aber unter 50 Milligramm pro Deziliter erwarten wir eigentlich Hypoglykämie. Die Hypoglykämie ist aber anders definiert. Die definiert sich nämlich nicht über einen Wert, weil da können manche Leute, gerade wenn sie es gewohnt sind, sehr, sehr niedrige Werte vollkommen symptomfrei tolerieren, sondern die Hypoglykämie definiert sich vor allen Dingen dadurch, dass ich eine Symptomatik habe, zusammen mit einem niedrigen Blutzucker, die sich unter Blutzucker anheben, also unter Zuckergabe, dann bessert. Okay, also schlecht, besser plus niedriger Zucker. Okay, was kann denn, oder was sind denn Symptome? Jetzt haben wir gerade gesagt, es sind Symptome, außer Bewusstlosigkeit, okay, das weiß ich, aber was gibt es noch für Symptome? Ja genau, also Bewusstlosigkeit als Endstrecke von neurologischer Symptomatik und die kann mannigfaltig sein eigentlich. Also ein Patient kann Sprachstörungen haben, der kann verwirrt sein, der kann auch Doppelbilder sehen, der kann auch teilweise fokale Neurologien haben, also der kann eigentlich so alles haben, was man so an Neurologie bieten kann, aber der kann auch noch mehr haben, der kann auch noch eine autonome Störung haben, also Schwitzen, Zittern und solche Sachen. Ja genau, Heißhunger. Eine autonome Störung, die ich häufig habe. Genau, und der kann allgemein Beschwerden haben, so wie du eben gerade gesagt hast, Hunger, ja sowas. Okay, jetzt sind wir bei so einem Patienten, ob der jetzt bewusstlos ist oder nicht, sagen wir mal, der ist jetzt bewusstlos, wir denken natürlich dran, spätestens bei ABCD an die Blutzuckermessung, eben auch bei allen neurologischen Ursachen, daher kommt diese Vorgabe ja, dass man das einfach nicht übersehen darf. Wie behandeln wir das jetzt einfach? Glucose spritzen, wie viel? Nach Gefühl oder? Ja, also man kann normalerweise immer mal mit 20 Milliliter G40 anfangen. Okay. 20 bis 30 Milliliter, dann macht man meistens nicht viel falsch. Jetzt muss man aber wissen, G40 ist ja extrem wehenreizend, das wäre total blöd, wenn das irgendwo paravasal gespritzt wird. Das heißt, das muss in einem wirklich sicher liegenden, möglichst großluhmigen Zugang auch reingespritzt werden. Mit großluhmig meine ich grün, es muss nicht orange sein. Und dann auch unter schnell laufender Infusion. Schnell laufen deswegen, damit es da möglichst schnell verdünnt wird. Und dass ihr seht, dass die Infusion, wenn sie schnell läuft, dann liegt die Nadel normalerweise auch gut. Wenn ihr ganz sicher sein wollt oder wenn ihr vielleicht doch nur eine blaue Nadel reinbekommen habt, dann verdünnt das Ganze besser nochmal, zum Beispiel mit einem Teil Wasser, einem Teil G40, dann habt ihr eine G20. Weil dann ist es nicht ganz so wehenreizend und dann ist einfach der Sicherheitsaspekt besser. Und mit Wasser meint der Philipp eine Infusionslösung, kein Wasser aus der Leitung. Genau, also einen Hatzl oder einen Karo-Ringer nehmen, egal. So, das wäre die eine Therapiemöglichkeit, also die IV-Therapie. Wenn der Patient wach ist oder sobald er wieder wach ist, dann kann er einfach ein Marmeladenbrot essen, zum Beispiel. Also Zucker zu sich nehmen. Marmeladenbrot ist deswegen immer so beliebt, weil da sind langkettige Kohlenhydrate im guten Roggen drin. Und kurzkettige in der Marmelade. Das heißt, der Zucker ist schnell angehoben, aber bleibt dann auch ein bisschen oben. Und dann gibt es aber noch manchmal Glucagon. Das haben die Patienten manchmal zu Hause zur Selbsthilfe, so ähnlich wie so ein Adrenalin-Pen, gibt es auch Glucagon zum Spritzen. Normalerweise ein Milligramm kann man Subglutane oder Intramuskulär spritzen. Und damit macht man auch nicht viel falsch. Allerdings, warum wir Notfallmediziner das nicht verwenden, ist, weil Glucagon setzt eigene, körpereigene Zuckerspeicher, also Glykogen aus der Leber frei. Und das dauert erstens ein bisschen. Und außerdem, wenn die Leber schon komplett leer ist oder wenn die Speicher leer sind, die sind nicht nur in der Leber, dann wirkt das Ganze nicht. Aber man kann es natürlich nehmen, wie gesagt, ein Milligramm intramuskulär oder Subglutane. Oder man kann es auch intranasal geben, dann würde man das dreifacher nehmen, drei Milligramm. Okay. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was das für Symptome haben kann oder machen kann und wie man das therapiert. Jetzt kommt es ja quasi vor allem bei Diabetikern vor, also Leuten, die meistens auch Insulin oder Antidiabetika nehmen. Und jetzt ist dann häufig die Frage, das habe ich am Anfang gesagt, denen geht es dann besser und alle sind happy. Und der Mensch, der da noch blass und bewusstlos am Boden liegt, sitzt plötzlich da und isst zufrieden sein Marmeladenbrot. Im besten Fall. Und die wollen da nicht mit in die Klinik. Oder die wollen nicht aufgenommen werden oder sagen, ja, alles gut wieder. Welche Leute dürfen zu Hause bleiben? Bei welchen bist du eher skeptisch? Gibt es da Unterschiede für dich zwischen Medikamenten, Insulinspritzen und so weiter? Was muss man da fragen oder erheben? Genau, also man muss sagen, die meisten Patienten werden wahrscheinlich trotzdem mitkommen. Und zwar immer dann, wenn sie eine schwere Hypoglykämie hatten. Und dies per Definition übrigens auch immer dann vorliegt, wenn der Patient sich nicht mehr selbst helfen konnte. Und dann ist es ja echt gefährlich, weil der Patient dann irgendwie bewusstlos irgendwo rumliegt. Das darf einfach nicht passieren, weil an der Hypoglykämie kann man auch gut sterben. Was sind also Aspekte, warum ein Patient in die Klinik muss? Immer dann, wenn wir die Ursache für die Hypoglykämie überhaupt nicht erkennen können. Wenn vielleicht auch gar kein Diabetes bekannt ist. Okay. Dann auch immer mitnehmen unbedingt. Da muss man der Sache auf den Grund gehen. Immer dann, wenn eine schwere Erkrankung, ob das jetzt ein schwerer Infekt oder ähnliches oder eine Medikamentenumstellung die Hypoglykämie ausgelöst hat. Denn dann muss man das natürlich auch behandeln oder die Medikamente nochmal anpassen. Und dann gibt es noch zwei Aspekte, die auch beim völlig gesunden Patienten mit einer Langzeitmedikation zu einer Klinikvorstellung führen müssen. Immer dann, wenn man einen tabletteneingestellten Diabetes hat. Okay. Und da sind vor allen Dingen die Sulfonylharnstoffe verdächtig für eine Hypoglykämie. Und da muss man unbedingt in die Klinik, weil die wirken einfach nach. Auch ein bisschen die Klinik, aber Sulfonylharnstoffe vor allen Dingen, werden aber kaum noch verschrieben. Aber Langzeitinsulin. Beim Langzeitinsulin, wenn man da jetzt mal einen Spritzfehler gemacht hat zum Beispiel und sich abends mit dem Lantus einfach verrechnet hat und hat aus Versehen die doppelte Dosis gespritzt. Das Langzeitinsulin wirkt ja bei viele, viele, viele Stunden. Und deswegen kann es auch sein, dass noch nach Stunden der Blutzucker dann abfällt und der Patient in Gefahr ist. Deswegen bei Langzeitinsulin Überdosierung auf jeden Fall mitnehmen. Und dann aber noch an zwei andere Sachen denken. Hat der Patient vielleicht einen Suizidversuch gemacht? Das machen Leute auch manchmal mit Insulin. Und wenn ein Spritzfehler vorliegt, wenn er also das Kurzzeitinsulin aus Versehen fehl dosiert hat, dann überlegt euch, kann der Patient denn eigentlich wirklich mit dem Insulin umgehen? Oder ist der Fehler darin begründet, dass eine beginnende Demenz da ist und der Patient einfach überfordert ist? Und dann muss er natürlich auch mit. Und Philipp, sag mal, eine Sache gibt es da noch. Wie ist das denn mit den Alkoholintoxikationen? Das war doch immer irgendwie Alkohol, Blutzucker, was gibt es da? Genau, gut, dass du es ansprichst. Das ist ja gerade bei den jungen Typ-1-Diabetikern, die einfach gerne auch mal auf eine Party gehen und mit dem Diabetes dann das nicht so genau nehmen, relevant. Wenn man viel Alkohol trinkt, dann ist die Leber erstmal mit Verstoffwechseln von Alkohol beschäftigt. Das ist auch ihr verdammter Job. Genau. Und kann die Glykogenfreisetzung nicht so richtig erfüllen. Das heißt, nachts kann sie die Speicher nicht leeren, um damit eine Hypoglykämie zu unterbinden. Und Patienten, die alkoholintoxikiert sind mit einer Hypoglykämie, die sind natürlich auch besonders gefährdet und müssen auch als solche dann in eine Klinik normalerweise verlegt werden. Okay, das sind jetzt viele Gründe, warum die Leute in die Klinik müssen. Und jetzt gehe ich so meine Liste durch. Das liegt jetzt, sagen wir mal, alles nicht vor. Aber gibt es eine Positivliste? Also eine Liste, wo du sagst, diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit die zu Hause bleiben dürfen? Genau. Aus deiner Sicht? Ja, also erstens, die eben genannten Gründe dürfen nicht erfüllt sein und aber dann, der Patient muss sich gut mit seinem Diabetes auskennen, muss also wissen, was da gerade passiert ist und muss eigentlich wirklich gut geschult sein. Und es müssen Angehörige vor Ort sein, die optimalerweise eben auch wissen, wie man Blutzucker misst und das auch machen können und auch auf den Patienten in den nächsten Stunden aufpassen, sodass gesichert ist, dass der Patient noch ein paar Mal den Blutzucker misst. Gerade so in den Abendstunden, wenn der Patient sich ins Bett legt, kann es natürlich sein, dass da nachts irgendwie eine Hypo kommt. Das heißt dann auch wirklich, also da würde ich die Patienten auch eher wieder mitnehmen, aber dann, wenn nicht, würde ich sagen, stellen Sie sich einen Wecker und in einer Stunde wird nochmal Blutzucker gemessen und dann wird nochmal Blutzucker gemessen und so weiter. Am Anfang nach 30 Minuten nochmal, dann Stundenintervalle sind da, denke ich, angebracht. Und generell muss man einfach ein gutes Bauchgefühl haben, dass der Patient da auch verständlich ist und ihn gut aufgeklärt haben. Okay, Philipp, das war jetzt ein spannender Überblick zu einem Thema, das ich immer für sehr trivial gehalten habe, aber ich finde tatsächlich, wenn man an ein paar Sachen denkt, kann man es auch ganz gut abarbeiten. Eben, wer kann zu Hause bleiben, wer dann darf in die Klinik gehen? Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Grundsätzlich, eine Hypoglykämie wird vor allem aufgrund der Symptomatik definiert, also niedriger Zucker plus Symptome. Eine schwere Hypoglykämie ist dann gegeben, wenn der Patient sich selber nicht mehr helfen kann, also in dem Fall, wo er zum Beispiel bewusstlos ist. Wir geben denen 20 bis 30 Milliliter G40 über einen gut laufenden Zugang mit einer guten Infusion. Wenn wir uns sehr unsicher sind, dann lieber ein bisschen niedriger verdünnte Glucose. Die Patienten, die zu Hause bleiben müssen, müssen sehr viele Kriterien erfüllen. Dazu vorher nochmal die ganze Liste. Vor allem müssen die gut geschult sein, die Angehörigen müssen da sein, da muss eine Überwachung da sein. Wer unbedingt in die Klinik muss, auch jetzt nur die allerwichtigsten Punkte für mich, sind alle Tabletten eingestellten, alle, wo man es nicht weiß, warum die Hypoglykämie sind, alle, wo die Langzeitinsulin haben und alle Sachen, die so ein bisschen unklar sind und mit eigenen Bauchschmerzen verbunden sind, DED, Suizid und so weiter oder unklare Versorgungslager, die müssen auch mit. Ja, schöne Sache. Schaut euch die Shownotes an und schreibt uns, was ihr davon haltet und wir sehen uns das nächste Mal bei Nordfallmedizin. Ciao. 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 Ciao.